www.feyyaz.de Alles klar. Ja, hi, ähm... Ich bin Specialist hier. Ähm... Eigentlich bekannt als Force. Ja. Warum ich hier bin? Ähm, ja... Wir sind doch alle hier, um was zu verändern, oder? Keine Ahnung. Ich mein, das ist eigentlich... Urlaub auf Army-Kosten. Eigentlich... Ich weiß nicht. Worum geht's denn hier? Die Ehre schon mal nicht. Alles, was uns eingetrichtert wurde, ist irgendwie Bullshit. Weil... Sehen sie sich draußen mal um. Das ist... Einfach nur die Scheiße draußen. Es gibt Krieg, es geht um Öl, Geld... Leben. Aber nicht um Ehre. Oder Patriotismus. Nichts, was wirklich hergekommen ist. Es ist... Einfach nur... Ein Job. Was? Was? Das ist Krieg hier draußen. Das ist... Ich weiß nicht mal mehr, ob die Kugeln uns hinterher fliegen oder wir denen nachfretten. Ich hab keine Ahnung, was draußen los ist. Ich mein, ich bin jeden Tag da, aber... Naja... Ob ich jetzt schlafe, pisse oder... An meine Freundin denke zu Hause und... Die wird hier gerade von meinem Freund gewögelt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur... Nichts mein Gott ist so viel für mich da. Wie dieser beschissene Krieg da draußen. Naja... Hier mitten im Scheißdorf. Euer Force. Das ist... Puh... Was? Rausschneiden? Ja... Jaja... Mein Job hier? Rifleman Specialist. Was sonst?